Kommentare Fazibok Auto Julia Harnig Schließen Feedback Schließen Weitere Schließen Dana Schweiger hat 14 Kilo abgenommen, in Rekordzeit. Dabei half ihr eine Bekannte ab. Jetzt zeigt sie sich glücklich und erschlammend beim Fotos Hotem. Dana Schweiger hat sich nach ihrer Modellkarriere eher ungesund ernährt. Punkt die Vierfachmama begann im Sommer ein Abnehmprogramm. Punkt mit 14 Kilo weniger zeigt sich Dana Schweiger jetzt in der Öffentlichkeit. Hamburg, Dana Schweiger modellt, seit sie 17 ist. Ein Job, bei dem Fitness und eine gesunde Ernährung das A und O sind. Durch ihren früheren Job weiß die Vierfachmama also genau, worauf es bei einer guten Figur ankommt. Seit ihrem Modelljob hat sich aber einiges im Leben von Dana Schweiger verändert. Sie erzählt, als Model war es anders. Da passt du natürlich auf, was du isst, und ernährst dich sehr bewusst, weil das dein Job ist Dana Schweiger. So ungesund lebte sie wirklich. Dann bekam Dana Schweiger mit ihrem heutigen Ex-Mann Thiel Schweiger vier Kinder, und Schwangerschaften verändern den Körper natürlich. Ich hatte die Pfunde einer Schwangerschaft noch nicht runter, da kam schon das nächste Kind, sagt sie lachend. Ihre Einstellung dazu? Sympathisch gelassen. Ein paar Kilos mehr störten die Powerfrau nicht. Wenn mir eine Hose zu eng war, habe ich halt ein Kleid übergezogen. Durch kleine Naschattacken ernährte sich Dana Schweiger nicht sehr gesund, wie sie berichtet. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Dollar Kaption Dollar Voter Dollar Time Dana Schweiger. So verlor sie 14 Kilo im Sommer änderte sich ihre Meinung zu ihrem Gewicht jedoch. Seitdem hat die 52 die Regel bereits 14 Kilo abgenommen. Statt Cracker, Chips, Brot und Käse gab es deswegen mehr Gemüse und Obst. Gegenüber dem Magazin Gahner berichtet sie, ich habe quasi 56 Päckchen Butter verloren. Auf Instagram zeigt sich die Unternehmerin immer wieder beim Kochen ihrer leckeren und gesunden Rezepte, die sie mit ihren über 30.000 Followern teilt. Heute eine Guacamole, morgen einen Cesar Salat. Die Fans liken es und kommentieren, endlich weiß ich wie er wirklich funktioniert, danke für deinen tollen Post oder das Rezept merke ich mir. Für ihr Abnehm vorher benutzte Dana Schweiger die App Weigt-Vatjas, dessen Marking-Wordschafterin sie nun auch ist. Auf einem Soho des Unternehmens strahlt sie mit der Kamera um die Wette. Dana Schweiger. Was sagt die Familie? Auch von der Familie bekam die Unternehmerin Lob, wie sie erzählt. Wir haben einen Chat und als ich kürzlich ein aktuelles Foto von mir gepostet habe, kam von den Kindern. Wof, Mama, du siehst toll aus. Erzählt Dana Schweiger. Derzeit lebt sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Malibu, sondern ist mit Tochter Emma, 18, bei ihrem Ex-Mann Thiel Schweiger in Hamburg zu Gast. Ihr Sohn Valentin ist zum ersten Mal Vater geworden und machte Dana Schweiger damit zur Oma. Du bist eine Schadig. Du bist eine Schadig. Du bist eine Schadig. Ich habe diesen Schadig. Ich habe hier oben recht. Wir befinden euch immer mehr auf die erste Schadig. Und ich habe hier oben. Ich habe da oben drauf. Ich habe hier oben. Dawn Was im Kroger. Ich habe hier oben. Mama, ich habe hier oben. Und ich habe hier oben gehört. Untertitelung des ZDF, 2020